Ding Dong, Muchachos, und schön, dass ihr wieder einschaltet. Pro-Sneak-Bosser versteckt sich hier im Gras, seht ihr mich? Ein wunderschöner Hakuna, meine Tatas. Heute haben wir einiges vor, gehen wir später drauf ein. Erstmal begrüße ich einen guten Deku, einen wunderschönen. Ausdolamma, hallo Muchachos, eine wunderschöne gute Rise, schon seit dem Start seid. Ah, Survival Ascended. Ja, Schlüssel, ja, wir haben einen kurzen Tagesfolgentausch gemacht. Entschuldigt das bitte, das war mein Fehler. Siehst du mich? Ja. Ja, mach mich kaputt, Alter, es ist immer noch Team-Schaden an, Digger. Du kannst mich einfach nur ankacken, gell? Okay, also, hättest du mich aber auch gesehen, wenn du das ausgestellt hättest, oder? Äh, ja. Echt? Krasse, weil ich hab mich gerade so selber nicht gesehen. Ja, wollte grad sagen. Also, Muchachos, heute gehen wir erst einmal ein paar Kommentare ein. Sehr weise, Deku, dankeschön, dass ich jetzt hier... Das ist echt süß, fast tot. Hallo, das kostet alles super viel Ressourcen, Mann. Organisches Polymer haben wir nicht so viel. Du bist jetzt fast tot. Sehr schön, dass du unsere Ressourcen weiter verschwendest, kurz geht raus. Okay, Deku darf jetzt, Deku darf jetzt sagen, was wir jetzt machen. Und die Kommentare vorlesen, ich hoffe, du bist vorbereitet. Ja, du hast gesagt, du machst das. Nee, ich mach jetzt gar nichts mehr, Digger. Du hast gesagt, du liest mir den Kommentar vor, und ich soll drauf reagieren. Dass du so rumstickerst hier, das kannst du jetzt mal machen. Das heißt, natürlich hab ich mir nicht vorher die Kommentare angeschaut, um dieser Lachsfurz, ey. Aha. Dann mach mal. Der Sackstreicher, okay, dann musst du jetzt eben kurz aufmachen. Okay, also zum einen Mal haben wir Kommentare, die sagen, dass wir den Tresor mit der Riognata nicht tragen konnten, weil wir Trottel, die ja den Kommentar vorher gelesen haben, wo drin steht, der muss auf einer Foundation stehen, anheben wollten, statt auf einem Ceiling. Das ist was ganz anderes, deswegen ging das nicht. Alter, du musst mal richtig vorlesen, was der geschrieben hat. Der hat uns als BWL-Heinrich beschimpft, dass wir nicht richtig lesen können. Übrigens, Deku, wir haben kein organisches Polymer sehr. Sechs oder sieben Kommentare waren da, die haben gesagt, das muss auf dem Foundation stehen, nicht auf dem Ceiling, deswegen ging das nicht. Andere haben geschrieben, das ist vollkommen egal, ob es Foundation oder Ceiling, man muss nur Raisin dabei haben, was wir aber hatten, also Dankeschön dafür. Und irgendwann hab ich geschrieben, dass wenn das nicht stimmt mit dem Ceiling und der Foundation, dann komme ich zu ihm und opfere seine Augen dem Ziegenmann. Okay, ich hab's auf jeden Fall schon mal richtig angeschaut, Muchachos. Also, wir hatten zu wenig Harz, weil an dieser Stelle, wo wir den hochheben wollten, stand wirklich oben in der Mitte, ich hab Y-Augen, das ist eben so, stand, dass wir zu wenig Raisin haben, also zu wenig Harz. Das heißt, wir müssten da einfach ein bisschen mehr reinballern und dann sollte es scheinbar funktionieren. Ja? Ja. Musst dir die Stelle auch anschauen, wenn die da gemarkt ist, Bruder. Das teste ich. Also, Raisin brauchen wir natürlich. Also, ja, wir sind BWL-Heinis und deswegen lesen wir wahrscheinlich nicht richtig, äh, das, äh, gebe ich alles, äh, so zu. Aber wir haben ja... Jetzt ist gar kein Raisin mehr in der J-Nata. Du kannst ja mal versuchen, geh da mal hin und, äh, versuch mal, den Lachs hochzuballern, dann steht da irgendwie ungenügend, äh, Raisin oder so. Oben, ganz in der Mitte oben. Jetzt da. Ich aimle drauf. Da kommt nix. Steuerung, linke Maustaste, Insta-Fashioned, Raisin. Das liegt aber daran, dass Steuerung und linke Maustaste ein Raisin-Schuss ist. Meinst du deswegen? Ne, Steuerung und linke Maustaste ist scary. Ich, ich versuch's jetzt. Das ist scary. Ja, aha. Ich hole eben Raisin aus unseren, äh, Abzapfstationen. Ähm, und... Wer war's? Wer war's? Ein Muchacho hat geschrieben, sechs T-Rexe und Gamma? Beta, Gamma? Welche ist die zweite, die mittlere? Es ist Gamma, Beta, Alpha. Also Gamma ist einfach, Beta ist mittel. Beta wird Aua, Aua. Und, äh, ich hab nochmal gefragt, ob das jetzt ist, weil, äh, wir zu OP sind mit unserem Zeug gegen die, äh, Brutmutter in... ...der mittleren Schwierigkeitsgrad. Ähm, oder ob, äh, sie uns die Sackhaare wegflamen wird. Und anscheinend würde uns die, äh, mittlere Brutmutter tatsächlich mit der, ähm, ja, geringen Dino-Ausbeutung, die wir gerade haben, ähm, die Sackhaare wegflamen. Ähm, das heißt, machen wir erst nicht. Wir sollen sie nicht unterschätzen, ja. Wir sollen sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. Armin, weil zwar gerade ist sie gerade irgendwie gemuted, weil so ein Internetscheiße ist, aber wir sollen sie nicht unterschätzen. Hörst du mich wieder? Ich erzähle dich wieder, ja. Okay. Ich wurde abgelenkt, äh, von einem Lila-Drop. Ja, Baller zum Lila-Drop. Den sammle ich eben ein, bevor ich Raisin hole. Du hast mir doch mal eine Liste geschickt, wo wir, äh, diesen neuen Akro-Kantosaurus finden sollten. Hast du mir doch irgendwo mal geschickt, oder? Ja. Bei WhatsApp. Da muss ich nochmal nachschauen. Es gab nämlich ein kleines Update. Apropos Update, Digga. Jetzt ist es draußen, Scorch, ja? Scorch, oh, ich bin da! Ich hab mir schon mal ein Video ganz kurz, äh, nicht mal wirklich angeschaut, aber ich hab mal kurz, äh, durchgespult, kann man sagen, vom guten Sharks. Und es gibt jetzt hier eiskalt. Gleise, ohne Bahn. Gleise, ohne Bahn. Digga, richtig nice, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim normalen Update dabei ist, oder ob das der DLC ist, weil es gibt auch so einen Teil, das man noch kaufen muss. Ja, das kann natürlich sein, für so Western, ne? Für so Western, genau, genau, genau. Ist die Bahn da dabei, oder ist das echt, äh, einfach nur das Scorch-Earth-Update, wo die Bahn dabei ist? Digga, die Bahn, die werden wir so oder so dann uns, äh, ranballern, das kann ich dir mal sagen, dann sind wir hier die Deutsche Bahn, hier. Und auch immer zu spät, für unsere Folgen. Passt da, ja. Perfekt. Übrigens, Muchachos, was sagt ihr zum letzten Thumbnail? Das war doch hier 10 von 10, oder? Jeremy, kannst du es runterladen, nochmal hier in Großzeichen? Ich würde nochmal die Muchachos aufarbeiten. Hallo, ich möchte da ganz kurz zu anmerken, dass, äh, Jeremy das Thumbnail-Einstellen verkackt hat, und dann aber seinen PC auseinandergebaut hat, weil irgendwas kaputt ist. Glaube ich zumindest, kein Plan, wo man den PC auseinandergebaut hat. Aber, weil sein PC auseinandergebaut hatte und deswegen, ähm, das Thumbnail-Einstellen musste. Deswegen musste ich spontan um 10 nach 8, als die Folge schon draußen war, noch einspringen und noch ein Thumbnail basteln. Und, ähm, ich sag mal so, dadurch, dass ich das schon seit, ich weiß nicht, wie lange ich mehr gemacht habe, um Thumbnail zu basteln, sind meine Photoshop-Skills etwas eingerostet. Ich wusste erst nicht mal, wie ich mal die Schrift auch irgendwie einen Schatten dran mache oder sowas. Da hab ich eine halbe Stunde für gebraucht. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wo gehen wir hin? Also, ich denke mal schon, dass wir Gamma schon irgendwie hinkriegen sollten. Also, die nächsten Rechse werden ja gerade durchgeprügelt. Aber, dieser Vulkanlachs, das ist wohl der absolute Endboss. Haben sie ja uns in die Kommentare gebrät. Das heißt, wir müssen noch mal schauen, wo wir hinkruisen müssen. Vielleicht reicht auch so ein grüner Obelisk. Kann man, ich wollte sagen, kann man das nicht am Obelisken auch machen oder ich glaube auch an jedem Job? An jedem Job glaube ich nicht. Ich glaube, da siehst du nur, was du dafür brauchst. Das wäre ja schon, das wäre schon sick. Das sieht ja richtig scheiße aus, ey. Ich glaube, das sieht ja auch an jedem Job, weil du ja auch tatsächlich im richtigen Arc, wenn du mit 2.0 spielst, kannst du ja auch an jedem Job quasi auf einen anderen Server reisen. Echt, das geht? Ja. Bei jedem Job? Ach, krass, ey. Das wusste ich gar nicht. Das muss ich transportieren. So, ich habe jetzt Raisin dabei. Wir haben 51 CEP, woraus die Riognata jetzt gerade mit der Zeit Raisin herstellt. Das ist aber nicht so viel, ne? Ja, ne, ist nicht so richtig viel. Es waren 20 in jedem Ding drin. Ich habe drei Stück drin geballert. 20 waren in jedem Ding drin. Das wird natürlich dann immer noch zu wenig sein, ne? Ja, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, wenn sie das kann, dann würde das damit schon zumindest anheben. Vielleicht muss man auch fürs Halten noch extra Raisin bezahlen oder so. Aber zumindest einmal anheben sollte funktionieren. Einmal gönnen bitte. Digga, die Sonnenstrahlen sehen gerade so scheiße aus. Ja, voll geil, Alter. So ein Pixelbrei hier im Wald. Mir ist gerade richtig Traum auf der Sonne gegangen. Okay, ich fliege los. Also es gab Muchachos, die gesagt haben, dass der Fehler war Sealing und nicht Foundation. Auch der, dessen Augen ich dem Ziegenmann opfern wollte. Also, wenn es jetzt am Razor lag, dann hast du gelogen. Was bedeutet deine Augen, wer dem Ziegenmann geopfert? Hat er selber nicht richtig geschaut, ne? Hat er selber nicht geschaut hier. Viva Riot Nata sollten wir auf Ausdauers gehen, ne? Yes, sir. Ich habe by the way noch einmal Gilly Boots gefunden. Gute? Äh, nee, nicht so gute. Aber die könnte man zerschroten für Organschus Polymer. Vielleicht kannst du dann deinen... Das wäre grandios. ...reparieren. Aber da können wir uns echt schon mal so langsam auf den Weg machen. Und die Frage ist jetzt natürlich, Muchachos, wie machen wir das jetzt weiter mit dem Projekt? Wir würden natürlich liebend gern in Scotch Earth reingehen. Ne, ich bin richtig geil drauf. Ich habe den Tresor! Aha! Ich habe den Tresor, Muchachos! Was hat er gekostet jetzt? Es war nicht so teuer. Tatsächlich. Dann ballert den Tresor doch jetzt mal voll. Kannst du ihn einfach fallen lassen? Wie läuft das? Ne, ich kann ihn absetzen. Ah, schade ey. Ich weiß nicht. Warte mal. Hochheben. Wenn ich jetzt hier bin. Ne, ich kann ihn von oben nicht aber fallen lassen. Ich muss schon an einer Foundation dran sein, nah genug. Und dann ihn richtig reisen. Ah, schade ey. Sonst könnte man wirklich so eine Tresor-Bombe bauen. Unser C4-Bomber-Tresor, es klappt leider nicht. Sehr schade. Obwohl wir jetzt das Ding transportieren können. Überhin. Ja, was machen wir denn eigentlich mit dem Raid, ey? Da müssen wir ja eigentlich auch nochmal hin, ne? Machen wir das jetzt mit dem Brachius? Also eigentlich können wir ja, bevor wir jetzt hier die Brotmutter klatschen, könnten wir es auch mal versuchen, da reinzugehen. Oder möchtest du es dann wirklich mit Elementen und den T-Rex-Dingern machen? Ich würde es jetzt gerne mit den T-Rex-Dingern machen. Ich weiß allerdings auch nicht, ob wir von der Schwächsten oder diese Baupläne kriegen. Das wäre glaube ich auch vom Schwierigkeitsgrad her von den Bossen. Bossfights auch unterschiedlich, was man da für Baupläne rausbekommt und wie viel. Oder es ist nur der Unterschied da dabei, wie viel Element man bekommt. Das weiß ich nicht, da bin ich gerade nicht ganz sicher. Das ist eigentlich nicht offen. Wir haben auch den Boss jetzt noch nicht ganz so häufig geklatscht. Ich weiß gar nicht, ob wir die Brotmutter überhaupt mal geklatscht haben in so einem Bett. Ich glaube, die haben wir auf jeden Fall einmal geklatscht. Ich kann mich auf jeden Fall an so ein paar Endbosser erinnern, aber die waren eher so gespawnt. Die haben wir da einfach gespawnt und dann haben wir die weggeklatscht. Oder ich kann mich an so einen King Kong erinnern, da sind wir hingegeated. Aber sonst haben wir glaube ich echt... Ich komme gerade ein blauer Drop runter. Auf der Insel? Direkt neben der Base. Ah, okay. Ich gucke gleich mal, wenn der da ist, ob ich da die Brotmutter beschwören könnte. Weil ich kenne das nur mit so... Also man wird dann ja wegteleportiert. Genau, ich kenne das eben mit dem Teleport. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass an den Drops auch so... Ob ich gerade auch schon mal checken kann bei dem Liederdop, den ich geöffnet habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Bosse da aufgeleitet sind. Ich weiß aber nicht, ob man recht hat und das echt nur für die Zutatenliste quasi ist. Die Zutatenliste finde ich gut, ey. Ja, wir gehen das mal rüber. Und dann können wir es ja mal bei den grünen Obelisken versuchen, dass wir da jetzt die Sachen reinbrezeln. Und dann versuchen wir heute mal, die Brotmutter wegzuklatschen. Weil ich finde leider diesen neuen Akro-Kantosaru, so wie der heißt, finde ich leider immer noch nicht. Ist echt ein bisschen ärgerlich. Aber wie soll... Okay, ich kann hier auf jeden Fall generate Brotmutter-Gamma-Portal. Kann ich hier machen. Die Frage, ob du das jetzt machen möchtest oder... Ob wir das lieber beim... Ich würde sagen, wir machen das lieber beim grünen Obelisken, oder? Aber wir müssen halt hier eh erst alles hin transportieren, ne? Also könnten wir das alles einpacken. In die Cryopods sammeln und dann zum Obelisken bringen. Da müsste es auch gehen. Weil es ist eigentlich irgendwas drin, was ich gebrauchen kann im blauen... In dem blauen Lachs hier ist hier irgend... Fels, Architin kann man gebrauchen, der Rest des Müll. Ein Sarko-Sattel, die kann ich auch noch zerschroten später mal. Hatten wir nicht so ein... Ja, irgendwie so ein Fenster oder ein Tresor für zerschrotbare Dinge, oder? Ne, ich glaube nicht. Fuck, alles direkt im Zerschroter drin. Ähm... Dinos sammeln. T-Rex sammeln, Megatherium sammeln. T-Rex-Sattel brauchen wir auf jeden Fall. Baller mal, ich glaube, ich würde sagen, fünf Stück durch. Werden hergestellt da drin. Und ja, dann versuchen wir mal unser Glück, ne? Also ein Megatherium brauchen wir eigentlich auch, aber irgendwie ist es sehr, sehr schwer... Gute zu finden, leider. Ich würde mich ja noch mal kurz auf den Weg machen. Ja. Ja, wir haben ja ein Megatherium. Ich kann ja schon mal irgendwie zwei T-Rexe dort abliefern. Das dauert ja leider auch noch mal so ein bisschen. Nehmen wir ja unser Schwein auch mit. Könnten wir auch mitnehmen, ja. Wie sieht es mit dem Terzi aus? Ich glaube, der ist nur gut gegen den Drachen. Dann nehmen wir uns den besser auf, dass er nicht tot geht. Genau. Schwein habe ich auch dabei. Ich schreibe mal hier ganz kurz. Megatherium muss echt unten sein. Hier ist Gamma, ne? Ja, der braucht mal echt nur die Artefakte. Also wir brauchen Level Requirement 30. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Beta auch noch hinkriegen. Scheiße, ich will Beta klatschen. Also die Chachos meinten alle Beta dazu krass. Hey. Chachos. Ich weiß es halt auch nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Die Leute haben mir gesagt, wir brauchen gute Megatheriums dafür, ne? Oh fuck. Ja, ja, wir haben halt einfach nur einen und der ist auch nicht gut. Machen wir mal hier. Wo ist denn unser Megatherium? Das ist hier nicht im... 518 Prozent. Megatherium habe ich dabei, sorry. Aber dann dieser Arschficker, Alter. Das ist mir aber die ganze Zeit laufen hier. Ich suche die Kacke, Alter. Ich habe drei Kühlschranken dran gewesen. Beschränke heißt das. Beschränke, ja, ja. Ich muss mich hier einfach im Regen stehen. Regnet es bei dir, oder wie? In meiner Mutter regnet es. Er geht direkt wieder auf Mutter, ey. Leben durchgespielt. Hast du die Artefakte dabei? Oh, da ist auch wieder ein Federdino hier. Wie gesagt, den großen Titano, den müssen wir dann auch nochmal zähmen. Und gebt uns bitte Bescheid, ja? Oder gebt uns Bescheid, wie wir weiterfahren sollen. Weil wir wollen auf jeden Fall in Scotch Earth reingehen, wann wir damit starten sollen, etc. Was wollt ihr hier noch erledigt bekommen, erledigt haben? Das gerne mal in die Kommentare bretzen, dann finden wir da bestimmt gemeinsam einen Konsens. Auf Scotch Earth habe ich echt Bock, weil unser Scotch Earth Projekt damals, als das im normalen Arc rauskam, war ziemlich kurz. Wir haben das nämlich auf einem Community-Server gemacht, das heißt, da konnten alle unsere Zuschauer mehr spielen. Ohne Passwort geschützt und sowas. Größter Fehler. Und da gab es dann so ein größter Fehler, ja. Da gab es halt so ein paar Spezialisten, die halt rumgetrollt haben des Todes. Und dann haben wir relativ schnell das Projekt auch eingestammt wieder. Dementsprechend haben wir da nicht viel gespielt auf Scotch Earth. Das dürfte so ziemlich das DLC sein, wo wir am wenigsten Spielzeiten haben. Das ist korrekt. Da haben wir extra Muchachos eingeladen, um unseren Spaß zu potenzieren. Hat dann leider nicht so funktioniert, wurde dann eher in Richtung Trollen weitergeleitet. Und wir haben ja hier einen Muchacho, der uns ja im Stream häufiger mal irgendwie gefragt hat, Jo, ich würde so gerne dabei sein. Bitte, lass mich mitspielen. Und den haben mich dann ja auch bei Insta geschrieben, hier das Passwort rüber geschickt und have fun. Und der war ja auch in einer Folge kurz dabei. Haben wir ein bisschen getrollt. Und ja, jetzt will er plötzlich immer mehr. Was ist da los? Jetzt hat er mir geschrieben. Man reicht ihm die Hand, Alter, und er will einfach den ganzen Arm haben, auf einmal. Also ich schreibe ihn jedes Mal, wenn wir den Server anmachen über Instagram. So, jo, wenn du Bock hast hier, dann viel Spaß hier. Gönn dir. Hab Spaß bei der Sache. Haben ihm ja sogar Bearwings, glaube ich, geschickt. Das hättest du vielleicht nicht sagen sollen, weil es kommen uns ganz viele an. Ja, das gibt's nicht mehr. Du hast keine Begründung jetzt, dass du den anderen das verweigerst. Er hat geschrieben, wäre es möglich, dass ihr vielleicht in naher Zukunft ARK am Nachmittag aufnimmt. Und was anderes zum Mittag. Ich weiß, ich fordere sehr viel, aber das wäre echt cool. Die Antwort ist nein. Also ich habe direkt geschrieben, ha, nein, Mann, du forderst echt etwas viel. Also, nein. Nein. Nein, also, nein. Also einfach, nein. Es gibt keine Extrawurst. Wir machen unsere Aufnahmen, wenn wir sie machen. Und wenn du da bist, dann bist du da. Und wenn ich, dann nicht. Ja, ganz genau. Ich habe leider unser Daiodon gecryo-signest. Nein, Digga, wie? Ja, mit dem Rausholen. Oh nein, das könnte echt schwierig sein, weil den brauchen wir Full Health. Und der geht dann, glaube ich, runter, wenn er da drin ist, oder? Bin ich komplett gugu. Aber okay. Wir brauchen den Full Food, meinst du? Full Food, ja. Nicht Full Health. Ich habe gerade noch mal nach dem Megatherium geschaut, weil die sollen ja gegen die Brutmutter auch richtig geil sein. Aber, nächst gefunden, ein Level 15 Megatherium. Deswegen scheiß drauf. Wir kümmern uns jetzt einfach um die ganzen Dinos. Bringen jetzt rüber. Und dann gehen wir mit der geballten Macht, Digga, ne? Geballte Macht. Gehen wir rüber und versuchen unser Glück. Also ich werde, ganz kurz zu unserem Aufbau, ich werde Megatherium reiten. Jo. Ich werde Juti reiten für den Buffer anfangen und dann auf den T-Rex wechseln. So machen wir das. Das ist der Plan. Allerdings, Marvin, bitte einmal noch T-Rex-Sättel holen. Ja, mache ich. Juti-Sappel, Juti-Sappel auch. Und dann bringen wir alles hier rüber und dann machen wir Schacke. Vielleicht hast du einen Stimulant noch irgendwie in der Base. Ja, werde ich alles irgendwie ranholen, Digga. So, war dann mal Cryo-Laxis vorbei, dann kann ich jetzt wieder den T-Rex raus wollen. Gummisch-Archus, dann schmeißen wir hier kurz die ganzen Dinos raus. Und dann drückt uns die Daumen, dass wir das hinbekommen mit der Brutmutter. Wir sind vorbereitet, Muchachos. Wir haben nur gerade leider nochmal gesehen, dass wir so ein paar Dinos haben, die wir noch ordentlich leveln können. Wie zum Beispiel der Juti, Digga, der sieht richtig geil aus übrigens. Der hat jetzt noch 41 Level offen. Digga, dann darfst du entscheiden, wo du reingehst, ob du noch ein bisschen HP gehst, weil der Eodon wird es ja noch nach oben pushen. Ich glaube, das ist eins. Ich meine, er braucht ja keinen Melee-Damage. Ich glaube, HP ist am schlausten, weil dann hält er ein bisschen mehr aus. Ja. Okay, der übrigens, oh ja, 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 22.000 HP für unsere T-Rex, zumindest die guten. Eieieiei. Ich habe ihn auch mal kurz abchecken. Gerade Surex rausgesucht, der hat fast 23.000 HP und hat 570 Mini-Damage. Ich habe hier auch noch einen mit 36 Leveln. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen auf 20k und der Rest wird in Damage geballert, Digga. Der hat dann eiskalt. Wie viel? 568 Prozent, Digga. Die machen ordentlich Bums hier, muss man sagen. Geil, ey. Ja, aber Surex ist tatsächlich die beste Wahl. Dann stelle ich auch mal gerade auf Passive noch, dass der nicht wegläuft, wenn ich gerade oft auf dem YouTube-Sitze zum Baffen. Okay, an sich. Dein Mary muss doch einpacken. Ja, an sich werden wir dann durch. Wie gesagt, ich habe noch einen T-Rex dazu geballert. Den Mann von unserer Mutationsfrau. Der ist jetzt auch noch mittendrin. Der hat auch einen besseren... Was ist los? Ja, der sollte überleben. Ja, das ist nur der Mann, Digga. Das ist nur der Mann. Am besten sollte überleben. Und der hatte auf jeden Fall einen besseren T-Rex-Sattel. Also den mit 90 Prozent sogar. Also wenn du den haben möchtest und eintauschen möchtest gegen den anderen, das ist der hier. Äh, welcher? Ihr, bei mir. Dann schnappt ihr den Lachs. Gute Idee, ja. 90 Rüstung ist nicht schlecht. Kann so schön an die Front gehen. Das heißt, dein Plan ist jetzt... Erstmal U-T-Buff. Dann auf den T-Rex rüber. Und mach... Erstmal rüber teleportieren. Erstmal rüber teleportieren. Wir müssen U-T-Buff. Ja. Wir müssen die Schweine auf Healen stellen. Ja, machen wir dann auch drüben, ja. Stellen wir die auf aggressiv auch? Nee, nee. Ich würde die eher passive lassen. Und vielleicht auch follow. Damit die in der Nähe bleiben und die ganze Zeit durchhealen, weißt du? Nicht, dass die wegrennen. Oder neutral zumindest. Okay, dann stelle ich den mal auf neutral. Neutral hier. Äh, passive. Neutral. Jetzt Zweiten auch, auch wenn der nicht viel machen kann. Ja, habe ich. Hast du gerade? Okay. Und dann schauen wir mal, ob wir uns jetzt überhaupt teleportieren können. Das wäre ein Oberfell. To-Tolopatieren. Ja, es wäre superfell, wenn das nicht geht. Digga, ich hänge hier im Tierhechsen fest. Hallo. Hilfe. Hä? Okay. Boss, Fight, Muchachos. Brutmutter. Die erste. Ja, also wenn du willst, starte den, Heinrich. Ich gehe mal schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist mein Megaterium, Digga? Wo ist mein Megaterium? Neben mir. Ich gehe schnell auf den Juti. 20 Tames sind erlaubt, Digga. Da sind wir aber weitaus drunter, ey. Hahaha. Geil, ey. Da sind wir gut drunter. Hast du alles drinnen? Ich hoffe schon. Sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. Ja, gut sieht gut aus, ja. Okay. Eieieiei, Muchachos. Es ist soweit. Natürlich gab es, ne? Aber ich denke, das wird schon gar nicht so einfach, Muchachos. Das wird gar nicht so einfach. Bum, 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 ba. Oh, Digga, geil, ey. Oh, da ist sie schon. Ja, da ist sie schon. Es geht los, geht los. Oh ja, sie kommt. Pfeifen, pfeifen. Der Buff ist da, der Buff ist da. Den Juti schiebe ich kurz nach hinten. Du hast gepfiffen, warum? Achso, sorry, sorry, was denn? Ja, mein Rasur ist weg. Achso, sorry. Aufstiegen habe ich, okay, drauf. Oh mein, Digga, wie viel Damage die machen. Alter. Ja, wir wachsen nie, wir wachsen nie. Oh mein, ich muss ja eigentlich raus. Wo muss der hier, wo ist der hier? Den hier bekommt man, ne? Der, äh, der, hier, doch, ja. Hier im Kreis ziehe ich hier. Bin, 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 äh, erst da. Ja, die ganzen kleinen Spinnen sind weg jetzt. Digga, warum macht sie so viel Damage? 100 Damage, guck. Echt krass, böse Damage, ja. Die muss von der anderen Seite mal. Ich muss hier raus, Digga, ich muss hier raus. Ja, 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 ja. Aber die geht auch auf dich, glaube ich, mit Fotos, ja. Ja, okay, jetzt bist du hinter ihr. Sehr schön, aber es ist noch ein paar andere kleine Spinnen bei dir. Hickety, ja, der, der Damage ist nice, Digga, der Damage ist nice. Ja, nochmals richtig böse Damage, äh. Wobei, am Ende, ich glaube, was ich so wechsel, kriegen sie 300 Schaden, das macht mein T-Rex auch. Ich mache nur 170, gerade sehe ich gerade. Was ich nochmal gerade dir dann so ein bisschen die kleinen Spinnen hinterm Arsch wegzuhe. Ja, ich bin auch schon zur Hälfte down, aber sie, alter, Digga, Beta hätten wir ja niemals hinbekommen, ey. War gar keinen Fall, ey. Sie bekommen uns die Mutschatten ist davor gewarnt. Bin totes Overweights, ich muss ein bisschen was wegschmeißen hier. Ja, wahrscheinlich das hätte ich die Team von den kleinen Spinnen geholt. Wir haben sie jetzt aber bei ziemlich genau, äh, 20%, äh, 50% meine ich. Geil, Reisiererei, Digga, wir brauchen den eigentlich nochmal, die YouTuber, oder? Mein T-Rex ist auch nul Schaden, ja. Ja, äh, aber egal, lass es, wenn es schwierig ist, lass es. Ja, der Hütte ist neben hier, äh, da hast du auch reingefiffen. Willst du dich mitnehmen? Ja, ja, sorry, ich dachte, das ist das Einfachste. Ja, ich bin auch, Amuri. Aber wir kriegen die ganze Zeit einen Heal. Geil, Digga. Magst du absteigen, weil dir alles voll aus Spinnen ist? Verständlich. So, ich komme nicht drauf. Amuri, drauf doch! Ja, ja, komm, Atonke, Matonke! Ja, Digga! Okay, aber sie ist echt gut machbar, so ein Beispiel bin ich gespannt, was die Tricks mit LSP hat. Da wird der fressen. Ja, mittlerweile fressen wir es leer beim. Beim, äh, Diode on. Ja. Aber mein Tricks bekommt Schaden, weil unbeschrieben, dass viele Spinnen sind. Die Sprize rein, Digga, sie ist fast tot. Aber wir haben es gleich. Ich bin dann bei Marco aufsinkt. Oh, gleich haben wir es, Deko! Die Schaden, die kleinen Spinnen auch? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe. Okay, drei AP, zwei, drei, sie ist down! Sie ist down! Oh. Okay, kurz abchecken. Wie schauen unsere Dinos aus? Ich habe nur Primate. Mein T-Rex hat nur noch 14.000 AP von 22.000. Ne, fast 23.000. Hat 10.000 fast verloren. Diode on. Das ist mehr, als ich gedacht hätte. Also, am Ende hat es doch zum Glück gut funktioniert, aber stärker als gedacht, muss man dazu sagen, oder? Ja, es war jetzt kein leichtes Spiel. Ihr habt wahrscheinlich echt die höhere nicht hinbekommen. Die Frage ist jetzt, wo ist der Loot gelandet? Das frage ich mich auch gerade. Wo ist der Loot? Ja, hier. Hier ist noch eine Kiste. Oh, ne, das ist Diode on, ne? Hier ist ein... Wo ist der Loot? Konrad, hast du den Loot? Konrad, auch kein Loot. Sollen wir die T-Rex alle einpacken? Ne, 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 dann landen die Taschen hier. Kontrollieren. Ja, einmal reinkommen, kontrollieren. Ich habe auf jeden Fall was. Ich habe auf jeden Fall die Spider-Flag. Das war es vielleicht. Ich habe die... Die Spider... Warte, warte. Du musst du auf jeden Fall die Tasche da mitnehmen, Deko. Welche Tasche? Ja, es kommt doch eine Tasche. Deswegen nicht einpacken. Ja, ich bin doch nachgeschaut, ob was Gutes drin ist. Wenn du eine Scheiße drin hast, dann kannst du liegen lassen. Ja, das Fleisch ist auch gut, Budi. Fleisch ist auch gut. Fleisch, ich kann den Fleisch anhalten. Hier ist leider sonst nichts drin. Wann schlagt mir dann eigentlich wieder... Einen nach dem anderen, Marvin. Wenn du die jetzt alle im Kreis kontrollierst, dann weißt du nicht, wer genau, welchen du eingeschaut hast. Wir haben nur noch vier Sekunden. Drei, zwei, eins. Uuuuuh. Okay. Warte mal, da steht aber... Nein! Da war die Loot-Crate, da mitzumann ein Loot-Crate. Nein! Ja, mit 20, 30, 30 Element waren drin. Und du hast... Nein, haben wir jetzt nicht mitgenommen. Nein! Ey! Ich habe es leider nicht gesehen. Es war... Es war... Ey! Es ist schon, weil wir wegzuleportieren waren, aber nicht mit meinem... Mein Fernglas, ich war nicht dran. Mein Fernglas in die grünleuchten Dinge gegangen. Und da stand drin, dass da... Da waren... ...Popee drinne und 30, äh... ...Element. Haben wir nicht! Haben wir nicht! Aber wir müssten jetzt die Baupläne freigeschaltet haben, oder? Ich hoffe, Alter! Tech-Baupläne? Gehen wir mal nach unten. Muss wir gar nicht haben. Gehen wir mal nach unten. Ja, ein bisschen haben wir jetzt was. Replikator haben wir. Der ist wichtig. Und wir haben eine Tech-Nanny, was auch immer damit sollen. Ja, die ist, glaube ich, einfach eine krassere Reichweite. Ja, da haben wir natürlich jetzt Hardcore verkackt, aber man muss dazu sagen... Die 30 Elemente. Wir haben das noch nie vorher gemacht. Wir haben noch nie vorher den Boss irgendwo geklatscht. Und da war auch wildes Turbo-Wabo-Hool. Naja, das war wieder typisch Lusor, Digga. Aber... Naja, wir können sie ja nochmal machen, ne? Die Artefakte war jetzt nicht so schwierig zu besorgen. Und wir brauchten ja nur die Artefakte und sonst nix. Für die Stufe jedenfalls. Ja, als nächstes machen wir... Also die 30 Elemente kommen wir nochmal dran, aber wir brauchen halt auch mehr Baupläne halt, ne? Auf jeden Fall. Also, was war da jetzt das Problem? Wo können wir noch besser werden? Das ist jetzt hier die nächste Frage. Glauben, es gab keine Probleme. Bist du auch, dass wir nicht wussten, dass da eine Loot-Crate kommt am Ende? Ja, war ein bisschen ärgerlich jetzt am Ende. Ich habe halt die ganzen Dinos durchsucht, dass sie Loot dabei haben von dem... Ich dachte, die Lootmutter hat das im Körper drin quasi. Hätte ich aber auch gedacht, muss ich sagen. Ich lasse erstmal ein paar T-Rexe hier, weil mit denen können wir dann wieder losziehen, oder? Ja. Eigentlich gar nicht... Ja, okay. Ja. Den hole ich auch mal wieder. Was habe ich hier noch? Den Yuti kann ich hier auch hinstellen. Also leider haben wir es jetzt nicht hinbekommen, dass wir den T-Rexelement-Sattel bekommen. Das hat leider nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen... Aber ich glaube, die Blueprints, die freigeschaltet werden, die sind auch fest. Also da musst du gucken, mit welchem Viech du den T-Rex-Sattel bekommst. Das kann gut sein, ja. Kann auch sein, dass es wieder Gorilla ist, oder irgendwie sowas. Aber kann es sein, dass die Sachen, die wir jetzt gerade bekommen haben, dass sie eh schon vorher da waren? Weil sonst steht ja immer so freigeschaltet, kommen so ganz viele Fenster und jetzt kam mir gar nichts. Also irgendwas müssen wir freigeschalten. Ich könnte nachschauen. Soll ich nachschauen? Schau mal nach, was wir freigeschaltet haben. Das wäre super, ja. Okay, also. Von der ersten, von der Gamma-Brutmutter bekommt man 30 Element. Ja. Die Trophäe und die Flagge. Ja, krass, dass ich aber dann nur die Flagge bekommen habe, ne? Außerdem schaltet man frei Tech Foundation, Tech Replikator, Tech Triangle Ceiling, Tech Triangle Foundation und Tech Triangle Roof. Okay, dann ist es wirklich das, was hier freigeschaltet ist. Okay, also nur vor kompletter Bullshit. Wobei hier steht, den Replikator bekommt man bei dem Ding auch. Tech Boots bekommt man bei der Beta noch, also von der Tech Rüstung jetzt. Ja. Und bei Alpha bekommt man Mosasaurus Rex Tech Sattel. Ja. Den Mosasaurus Tech Sattel. Dann bekommt man Tech Helm. Und einen Tech Turret. Das wären so die wichtigen Sachen. Auch sonst noch viele Bauteile, also Foundations und Treppen und sowas. Okay, okay, okay. Das heißt, den T-Rex Sattel bekommt man auf jeden Fall nicht von der Brutmutter. Da müssen wir ein anderer was für machen. Dann würde ich sagen, können wir ja mal versuchen, in der nächsten Folge so ein bisschen hier wieder Attacke zu machen. Und alles ein bisschen zu sammeln. War natürlich jetzt echt am Ende ein leichter Fail. Das ist ideal, dass wir auch die 30 Elemente liegen lassen haben. Das war schon jetzt nicht der schlauste Move. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals schon so ein legit Bossfight gemacht haben oder ob wir immer nur so eventmäßig dann... Ich glaube sowas. Ich glaube, ich erinnere, dass wir auch Zuschauer auf dem Server mit drauf hatten und da einfach den Boss gespawnt haben. Ja, genau. Dann hat alles drauf geballert wurde. Da gab es natürlich dann keinen Lootcrate am Ende. Ähm, ja, das war natürlich wieder typisch informierte Losers. Ähm, beim nächsten Mal kriegen wir das Ding dann. Und ja, Muchachos, wir schauen mal nach, was wir brauchen für einen Bossfight für den T-Rex Sattel. Damit wir damit, äh, schießen können. Und, äh, ja, Muchachos. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Haut in die Kommentare, ob ihr vorher gesehen habt, dass wir die Lootcrate liegen lassen. Und, ähm, wie wir uns im Feind geschlagen haben. Natürlich auch. Küsschen geht raus. Bis zum nächsten Mal. Und, äh, Bye Bye. Ciao, ciao.